Ja, sehr geschätzte Kollegin Arslan, was spricht dagegen aus Ihrer Sicht, dass jemand, der eine vorsätzliche Tötung begeht, jemand, der eine Zwangsheirat macht, jemand, der sexuelle Handlungen mit Kindern macht, jemand, der eine Brandstiftung macht, was spricht dagegen, dass dieser Mensch nicht mehr in die Schweiz zurückkommen sollte? Besten Dank für die Frage. Die Frage könnte zurückgestellt werden. Was spricht dagegen, dass Menschen, die hier geboren, aufgewachsen sind, nicht weiterhin hier bleiben dürfen, dass sie ausgeschafft werden?